Hallöchen! So, weil's gewünscht wurde, mal ein kleines schnelles Video. Und zwar über ein Gerät, das sich dreht. Und das ist das Gerät, das sich dreht. Ich weiß nicht, ob man's jetzt erkennen kann. Ich versuch's mal zu fokussieren. So, ich sag nicht, wo ich's her hab. Ich sag nicht, was ich bezahlt hab. Aber der Gerät, der sich dreht. Und Licht macht. Und zu diesem Gerät gab's noch was dazu. Und zwar die Bits. Sonst macht das Gerät, das sich dreht, keinen Sinn. Okay, bis zum nächsten Mal.